Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich mir einfach mal die Frage, wie weit ist Deutschland eigentlich noch vom nächsten Krieg entfernt. Ich habe hier wieder interessante und auch in diesem Fall nicht so tolle Artikel dabei und die möchte ich natürlich mit euch teilen und euch auch fragen, was haltet ihr davon und teilt es doch bitte in die Kommentare, ich würde mich freuen drüber. Beginnen wir auch gleich mit den Artikeln, aber zunächst wie immer der Risikoanweis, alles, was ich hier wieder aufzeigen konnte, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich damit anfangen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Restempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Zunächst wieder Werbung in eigener Sache. Ihr könnt euch gerne auf meiner kostenlosen Discord-Gruppe unten einfach einloggen oder ihr folgt mir auf Instagram, Twitter, bayerngold.com, muffin.tech oder TikTok. Würde mich freuen, wenn da der ein oder andere dabei ist und so auch auf TikTok. Da habe ich ein Video auch geteilt, da habe ich gestern schon gezeigt, dass die Strack Zimmermann gerne Reservisten aktivieren möchte und die Kommentare teilweise unter dem Video sind richtig hanebüchen. Da unterstellt man mir dann, das sind Fake News, das stimmt nicht, obwohl das Original von der Tagesschau war oder eben, wie ich gleich noch aufzeigen werde, auch vom Bayerischen Rundfunk. Und dazu komme ich aber jetzt und in dem Fall schauen wir einfach mal in den Browser rein. Und da sind wir auch schon im Browser und ich möchte mit einem Artikel beginnen, der ist im Spiel gewesen. Und jetzt ist es eben so, dass deutsche Waffen nun auch eingesetzt werden dürfen, nicht nur mehr zur Verteidigung der Ukraine, sondern eben auch zum Angriff gegenüber Russland. Das heißt, es darf jetzt auch auf russischem Territorium, dürfen jetzt die deutschen Waffen eingesetzt werden. Und das ist eine weitere Eskalation, die ja entsteht und die hier einsetzt. Und das ist ja wunderschön hier beschrieben im Spiegel. Jeder kann das ja mal durchlesen. Und für mich persönlich ist das eben die nächste Stufe, die nächste Eskalationsstufe, wie Deutschland immer weiter praktisch in diesen Krieg, den wir nicht begonnen haben, hineingezogen wird. Und man kann da natürlich irgendwas von Solidarität drüber reden. Ja, das muss ja jeder für sich selbst abschätzen, ob das richtig oder falsch ist. Das möchte ich an der Stelle gar nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wir immer weiter da hineinrutschen. Und wenn ich mir dann einen folgenden Artikel anschaue, und ich habe da mehrere dabei, ist ja übrigens ganz interessant, wie sich da wieder im Zeitverlauf das alles ändert. Denn der Artikel stammt vom 27.05. Und Pistorius präsentiert sein Konzept zur Wehrpflicht. Da geht es einfach darum, dass er keine Pflicht will, sondern er möchte einfach die Jugendlichen dazu animieren, dass sie freiwillig eben zur Bundeswehr kommen, indem er ihnen leichteren Zugang zu Universitäten praktisch anbietet oder dass Universitätskredite leichter zurückzuzahlen sind oder dass man einen Führerschein beim Bund eben machen kann oder eben noch andere Vergünstigungen, die man eben unter Umständen darüber erhält. Und das Ganze soll eben folgendermaßen ablaufen. Also da werden praktisch Menschen eines Jahrgangs angeschrieben, was da immer drunter zu verstehen ist. Jahrgang, welchen Jahrgang? 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige oder alle vom 18. bis zum 35. Lebensjahr zum Beispiel. Und die schreibt man da einfach an. Und das soll praktisch so eine Art Musterungsschreiben sein. Und das ist eben freiwillig. Das kann man eben dann ausfüllen, schickt das dann zurück. Und dann wird man eben auch unter Umständen zur Musterung dann auch eingestellt oder hinbestellt. Und dann muss man eben, ja, dann kann man sich eben entscheiden, ob man dann wirklich zum Bund dazukommen will oder nicht. Und letztendlich geht es darum, Pistorius erhofft sich da einfach, wenn die Schreiben rausgehen, dass den Leuten das bewusster ist, dass sie eben theoretisch zum Bund gehen könnten und dadurch eben mehr Freiwillige zur Bundeswehr dazukommen. Ich kann aber jetzt schon prophezeien und voraussagen, alle Menschen, die nur ein bisschen ein logisches Hirn haben und das Hirn noch nicht ganz kaputt ist, die werden sich natürlich aktuell in der Phase, wo sich Deutschland befindet, eben gerade wenn ich den Artikel von vorne nochmal erwähnen möchte, wo wir uns immer tiefer in den Krieg mit einmischen, müsste sich da jemand schon extrem dafür entscheiden, dass er da zur Bundeswehr geht. Und wie gesagt, wer da noch ein bisschen bei Verstand ist, der wird das einfach wegwerfen, den Zettel und wird sagen, ihr könnt mich mal. Und das ist vermutlich die logische Antwort. Bei manchen kann das aber wirklich vielleicht zum Patriotismus oder was auch immer führen, das ja Habeck immer mehr aufzeigt und den einschwört, den sogenannten Patriotismus, den er vorher ja gar nicht haben wollte. Und vielleicht gibt es da wirklich Menschen, die sich dann aufgerufen fühlen und wirklich dann dazukommen zur Bundeswehr. Ich bezweifle es ganz stark. Und das heißt, am Ende wird es trotzdem zum Zwang wieder kommen. Warum? Deutschland braucht Bundeswehr scheinbar wieder. Und da habe ich dann einen Artikel, der ist nur einen Tag später, der ist vom 28. Mai. Auch da wird dann nochmal drüber geschrieben, dass das eben nicht verpflichtend ist, sondern das soll absolut freiwillig sein. Und da will man eben Frauen und Männer anschreiben. Und jetzt wird es spannend, denn nur noch wieder einen Tag später, also am 29. Mai, da hört sich das Ganze nämlich schon wieder ganz anders an, Wehrdienst wird doch nicht komplett freiwillig. Das heißt, wenn nicht genügend junge Männer kommen freiwillig, dann wird man sie zwingen. Ganz interessant eben, auch als Anekdote, man hat ja gesagt, man will diesmal auch die Frauen dazu verpflichten, dass sie eben da ein Jahr dann unter Umständen absolvieren. Aber scheinbar ist das gar nicht so einfach, habe ich heute gelesen, weil es Grundgesetz dagegen spricht. Und das müsste man erst abändern, damit auch Frauen eingezogen werden können. Das heißt, in Deutschland wird es wohl dabei bleiben, dass nur die Männer eingezogen werden. Und das ist natürlich schon ein krasser Stück, wenn man sich das überlegt, in dem Zeitablauf oder im Zeitraum von 27. bis zum 29. Mai, wie sich das Ganze nochmal verändert hat. Also hoch, hoch spannend. Und ja, da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Und passend ist natürlich dann noch ein Artikel, Bayerischer Rundfunk. Ja, also da ist ja mir, wie gesagt, vorgeworfen worden, dass ich Fake News verbreite und das doch alles nicht stimmt. Lest es bitte selbst nach, Bayerischer Rundfunk. Da steht schwarz auf weiß. Strack Zimmermann, 900.000 Reservisten der Bundeswehr aktivieren. Also die Strack Zimmermann möchte auch schnell eben Reservisten aktivieren, um eben diese Lücke, die aktuell vorherrscht, das steht ja wunderbar in den Artikeln eben drin, vom Pistorius, dass wir eigentlich praktisch, wie wir möchten, so ein Soller füllen, über 200.000 Soldaten. Aktuell haben wir aber bloß knapp 185.000. Das heißt, da ist eine große Lücke entstanden und die will man eben auffüllen. Und Strack Zimmermann hofft dann eben, dass sie ungefähr so eine halbe Million an Reservisten gewinnen kann. Das Interessante an der Geschichte ist, zum Teil ist gar nicht bekannt, wer da damals beim Bund ausgetreten ist oder wer halt den Bund damals noch entlassen hat. Ganz normal, früher ist man eben zum Wehrdienst ja verpflichtet worden. Und das weiß man gar nicht so genau, wer da jetzt alles war. Das muss man jetzt erst einmal alles ein bisschen recherchieren. Und dann werden die Leute unter Umständen Schreiben nach Hause bekommen, dass eben diese Reservisten dann sich melden sollen und dass man eben die reaktivieren möchte. Da spricht man auch schon davon, die Firmen sollen dann eben die Leute dann eben freistellen. Und ja, man will sich eben schützen, falls eben Putin seine Raubzüge, so wie es so schön heißt hier, fortsetzen könnte, will man sich eben dagegen wappnen. Und deswegen braucht man wieder mehr Leute beim Bund. Also es ist ganz interessant, wo das Ganze mittlerweile hingeht. Also ich kann mich nur daran erinnern, und am Anfang war es so, wir werden gar nichts liefern. Dann hat man irgendwann mal ein paar Helme geliefert. Irgendwann sind es aus den Helmen dann Waffen geworden und Panzer und irgendwann mal Raketen. Und jetzt sind wir eben dabei eben, dass wir zulassen, dass unsere Waffen auch zum Angriff genutzt werden dürfen. Es ist bloß eigentlich nur die Frage der Zeit, meiner Meinung nach, wann wir auch die ersten Truppen dann entzenden. Wahrscheinlich wird es am Anfang so ablaufen, wenn dann vielleicht die Ukraine nach Russland einmarschiert, dass wir dann das Territorium für die Ukraine vielleicht verwalten. Also dass wir dann uns darum kümmern, dass wir das schützen und eben nicht aktiv in Angriffskrieg übergehen. Aber dann der nächste Schritt, den, glaube ich, dürfte auch jedem dann klar sein. Und vor allem Frankreich wollte ja schon Truppen entzenden. Das haben sie am Ende ja dann doch nicht gemacht. Also ganz krasse Entwicklung, wie ich hier sehe. Und wer jetzt noch nicht aufgewacht ist und es wirklich 5 vor 12 oder 5 vor 12 kann man ja schon gar nicht mehr sagen, ein paar Sekunden vor 12 und dann scheppert, und zwar gewaltig, den kann ich leider auch nicht mehr helfen. Also wer dem Politiker Kaste heute noch was glaubt, von ihren Reden und das, was sie alles erzählen, wie heißt es immer so schön, das Geschwätz von gestern, das ist einfach alles nicht wahr. Und ich finde es so traurig, dass man die Politiker dafür nicht haftbar machen kann, für Sachen, die sie vorher am Volk erzählen und versprechen und im Nachhinein was anderes machen. Natürlich kann sich eine Lage auch verändern, das ist mir auch klar, aber in dem Tempo, wo das abgeht und was man hier den Leuten am Volk wieder versprochen hat, dass sich Deutschland da nicht weiter einmischen wird, ja, davon sind wir mittlerweile weit weg und wir stehen wirklich kurz davor, selbst eben betroffen zu sein. Und bitte wacht's auf, erkennt's das, das muss endlich ein Ende haben, das muss endlich gestoppt werden. und die aktuelle Regierung wird das auf keinen Fall machen, die werden das immer weiter vorantreiben. Gerade so eine Frau wie die Strack Zimmermann, die ohnehin von Rheinmetall und überall gesponsert wird, wie es scheint, zumindest wird das überall geschrieben, die ist da überall in den Aufsichtsräten drin und ja, da muss man sich dann immer fragen, wie heißt es immer so schön, wessen, mir fällt leider der Spruch gerade nicht ein, aber wessen Brot ich esse, ja, und den Rest könnt ihr euch selber denken. In dem Sinne, ich wünsche euch in dem Fall trotzdem einen wunderschönen Tag noch, lasst euch keine graue Haare wachsen, sonst, ja, kann es ganz schnell gehen und in dem Sinn, macht es gut, bis zum nächsten Video.